cute baby me late der kanal für kinder hallo heute macht man die nur september auf naja ist fast identisch mit der mädchen box so den können wir auch schon den bini balls keine kuschelig und man kriegst du ihn zu weit von ich kann das nicht und zwar bei mir dick machst du das ich will es in auge schlagen ist das Also komm, nächstes. Was ist das? Was ist das? Oh, das sieht aus. Das wissen wir ja auch schon fast. Wow, das ist ja ein anderer. Vielleicht geht der ja besser. Mhm, hoffen wir mal. Ich glaube, der geht besser. Wir haben aus der Jungsbox den weißen Elektro-Kitz. Unser goldener aus der Mädchenbox funktioniert leider nicht. Den Hummel. Wollen wir mal testen? Ja. Wow, was ist das denn? Profuse, Transformers Creo-Figur. Blind Bag. Ich habe das 20 Mal gemacht. Mach auf! Hey, ist das? Was habe ich mit abgeschnitten? Wow! Oh, wir haben den. Was ist da drin? Ein Cowboy? Nein. Wir haben den Cowboy-Dance. Hey, was ist das denn? Der ist zu ehrlich. Darf ich zusammenbauen? Den haben wir bekommen. Den haben wir bekommen. Ich baue zusammen. Ich baue alles zusammen. Ich baue alles zusammen gerade eben. So sieht er dann so zusammengebaut aus. Das ist echt cool, die Figur. Ja. Mischung aus Roboter und Cowboy. Ja, Mischung aus Cowboy und dem Jana. Ich baue alles zusammenbauen. So, dann... Dann ein Teil haben wir noch, gell? Ist es das? Hä, was ist das denn? Hä? Tattoos. Tattoos. Avengers. Tattoos. Wie eine ganze Sammlung. Warte mal. Ich. Die tauchen mit Sicherheit wieder ein Gewinnspiel auf bei uns. Die älter. Die älter. Und das letzte... Was? Das Wierste bitte. Ein... Wie heißt der wieder? Das Quicker Wonkers Comic Heft. Comic Buch. Die Zeichnungen sind richtig hübsch. Bisschen gruselig, finde ich fast. Und wer hat das gemalt? Die? Evangeline Lilly. Ob die die Zeichnerin weiß, ist es auch nicht. Illustrated by Johnny Frazier Allen. Äh, guck mal wie viele Finger hab. Mhm. So, ja. Diesmal war der Inhalt von der Jungsbox zu Mädchenbox fast identisch. Na, das der war nur anders. Tattoos waren andere drin und die Figur hier halt. Aber es waren drei Artikel wie in der Mädchenbox. Aber was ich anfassen kann, fände ich durch. Ja, ich hoffe auch, dass es diesmal geht. Wenn er funktioniert, dann wollen wir drüber ein Video machen über Elektro-Kids. Ey, emotional. Das war's schon mit unserer NerdBlog Junior Boys Box für September. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.